Herzlich willkommen zu einer neuen Meditation und heute geht es um das Gegenwärtigwerden und um alte in der Vergangenheit oder in Zeit und Raum hängende Anteile zu dir zurückzuholen, damit du ganz geerdet zufrieden sein kannst und dich gut regenerieren kannst. Man kann sich das so vorstellen, dass da immer so ein bisschen so oft so Nebengeräusche sind, die einen noch Kraft kosten, ohne dass man sich oft einmal bewusst ist, dass da noch Türen nach hinten offen sind. Und die wollen wir heute einfach mal identifizieren, klären und schließen und dann die Anteile, die daran gebunden sind, wieder in die Gegenwart holen. Okay, dann starten wir mal. Schließ einfach mal deine Augen und atme einfach mal so tief ein. Und wieder aus. Und noch mal tief ein. Und wieder aus. Und erlaube dir mit deinem Bewusstsein auf eine Ebene zu gehen, wo du eins bist. Der Punkt in dir, wo du eins bist, wo du heil bist, wo es nicht verschiedene Wege gibt, verschiedene Gefühle, sondern es gibt ein Licht, eine Klarheit. Und in dieses Licht, in diese Klarheit erlaubst du dir jetzt hinein zu sinken. Und dein Bewusstsein fließt zu diesem einen Punkt hin. Und du spürst, dass dein Zentrum heute die Energie der Transformation mit sich mitbringt. Ein violettes oder dunkel-königsblaues Licht. Und du vertraust jetzt mal deiner inneren Führung, deinem Innersten. Und tauchst ganz in dieses königsblaue oder violette Licht ein. Und dein Bewusstsein sinkt ganz in dein Zentrum, in das Licht der Transformation. Dein Zentrum, das Licht der Transformation. Und du beginnst nun mal Einschränkungen zu treffen. Das kann ich nicht, das geht nicht, das schaffe ich nicht, da habe ich zu wenig Energie, da habe ich zu wenig Zeit. Also zuerst mal allen Mangel an Wissen, an Klarheit, an Ressourcen. Dieses Mangelgefühl darf jetzt mal transformiert werden. In diesem dunkel-violetten Licht, königsblauem Licht. Anstelle des Mangels tritt Fülle in dein Leben. Fülle erfüllt sein. Anstelle des Mangels tritt Fülle in dein Leben ein. Und mit dieser Erfülltheit, dieser Fülle merkst du, dass rund um dich herum, dass es ruhiger wird. Und durch diese Ruhe, durch diesen Frieden darf sich jetzt das transformative Licht weiter ausdehnen. In deinem Bewusstsein, in deinem Energiefeld, darf sich dieses transformative Licht weiter ausdehnen. Alle Wege, die du dir gedacht hast, dass du sie gehen möchtest, die aber nicht deinem Seelenplan entsprechen, dürfen sich jetzt transformieren und lösen. Diese Irrwege, dieser Irrgarten, diese Irrbilder, die teilweise auch aus deinem Familiensystem übernommen wurden, dürfen jetzt transformiert werden. Also verschiedenste mit Ranken zugewachsene Wege, so kannst du dir das vorstellen, werden jetzt vor deinem geistigen Auge transformiert. Und die werden da jetzt weggenommen, also mögliche Zukunftswege werden da jetzt transformiert, transformieren sich und werden da jetzt weggehoben, weggenommen. Und durch das Wegfallen dieser Zukunftswege, dieser Irrwege, also das Verirrte, das Herumirren löst sich auf und durch dieses Wegfallen spürst du, dass du in dich zurückgeworfen wirst. In deine Mitte, in deine Kraft und deine Energie bündeln kannst. Jeder Irrweg der Zukunft transformiert sich. Und du gibst dir selbst das Versprechen, ab heute handle ich nach meinem Seelenlicht. Ab heute handle ich in meinem Seelenplan. Ab heute handle ich in meiner Klarheit. Und du spürst, wie dich diese Klarheit nach vorne trägt, völlig mühelos und wie du immer weiter in diese transformative Energie eintauchen kannst. Und sämtliche Türen, die verschlossen waren in deinem Leben, an denen du zum Stillstand gekommen bist. All diese Türen werden nun auch von der Energie transformiert. Und zwar wird die Energie des Scheiterns transformiert. Die Energie des Gefühls nicht gut genug zu sein. Und du spürst, dass diese Türen für dich nicht gemacht waren. Und deshalb lösen sie sich auf. Alle verschlossenen Türen lösen sich auf. Und du kommst mehr und mehr in deine Klarheit und in deine Kraft. Und je mehr sich die verschlossenen Türen transformieren, umso breiter und klarer wird dein Licht, dein Weg. Und umso zufriedener und ruhiger wirst du. Und nun darf sich noch ein großes Thema in deinem Leben transformieren und lösen. Nämlich die unbestimmte Zukunft, die Unsicherheit in Bezug auf die Zukunft, darf sich jetzt lösen und transformieren. Die unbestimmte Zukunft, die Unsicherheit in Bezug auf die Zukunft, darf sich lösen und transformieren. Dieses große Fragezeichen, das durch die Umstände, vielleicht durch Medien, durch alles Mögliche genährt wird, darf sich nun transformieren. Und du spürst, dass du nicht verloren bist hier auf Erden, sondern dass du mit einer Klarheit, mit einem klaren Plan und einem tiefen Vertrauen und ganz tiefer Liebe ausgestattet bist. Und dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass es gut ist. Und dieses Hinterfragen transformiert sich. Fragen an die Zukunft werden transformiert und durch Antworten in der Gegenwart ersetzt. Die Fragen der Zukunft werden durch die Antworten, Klarheiten, Strukturen in der Gegenwart ersetzt. Und du spürst nun, dass es Zeit ist, alles loszulassen, was dich jetzt noch belastet oder zurückhält. Sämtliche gebundenen Energien dürfen sich jetzt transformieren, rund durch dein Energiefeld durch. Und du darfst in deinem Zentrum und deiner Mitte ankommen. Und du darfst in deinem Urvertrauen spüren, dass es gut ist, dass du da bist. Und du kommst absolut in deiner Kraft, in deiner Mitte, in deiner Würde an. Und du spürst diese Grundenergie, diese Durchsetzungskraft, dieses Können. Und du atmest mal tief ein und wieder aus und spürst, wie sich dein Energiefeld reinigt. Wie über dein Wurzelschakra, all diese Themen, all diese Reste der Themen abgeschieden werden. Und wie sich dein wahres Zentrum mehr und mehr manifestiert. Dein Kopf ist klar, deine Gefühle sind entspannt. Und du spürst, dass du voller Kraft und voller Klarheit in die Gegenwart kommst. Und dass dieses Gegenwärtigsein dich absolut in deine Mitte, in deine Energie bringt. Atme noch mal tief ein und wieder aus. Und bedanke dich jetzt mal bei deinem Zentrum. Und spüre, dass dieses Zentrum sämtliche Glaubenssätze immer weiter und weiter transformiert. Alles, was dich noch aufhält, und zwar das sind so Urblockaden in deinem Wurzelschakra. Also dein Wurzelschakra zwischen Steißbein und Erde wird nun dunkelviolett. Und all diese Einschränkungen und Verletzungen werden transformiert. So dass du einst mit der Erde bist, ganz im Herzschlag der Erde wieder angeschlossen bist. So dass du unerschütterlich und klar, selbstbewusst in deine Sicherheit und Stabilität gehen kannst. Atme tief ein und wieder aus. Und nochmals tief ein und wieder aus. und spüre, dass du absolut in deiner Mitte angekommen bist. Du fühlst dich klar und entspannt und stampfst jetzt einfach nochmal auf, mit deinen Füßen einfach nochmal so ein bisschen aufstampfen, dass du dich gut erdest. Und dann atmest du nochmal tief ein und wieder aus und streckst dich durch, bewegst deine Arme und Beine. So dass du dich wieder gut spüren kannst, bedankst dich bei deinem Zentrum, bei deinen geistigen Helfern und Führern, die dich begleitet haben bei dieser Reise. und dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt zurück, in dem Bewusstsein, dass du alle Türen geschlossen hast, dass du ganz im Hier und Jetzt bist mit all deinen Teilen. Und du fühlst nochmal nach und spürst, wie du dich neu sortierst, neu ordnest und bedankst dich nochmal bei deinem Inneren. Wie ist es dir während dieser Reise gegangen? Was hast du erlebt? Ich freue mich auf deine Kommentare. Schreib es mir einfach rein. Lass mir gerne einen Daumen hoch, da abonniere meinen Kanal. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen aus dem wunderschönen Lenz. Dein Oliver Erini. Tschüss, bis nächstes Mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020